Die grüne Grenze in Bayern. Jeden Tag Postkutschen voller Flüchtlinge. Doch ein bayerischer Sheriff hat die Schnauze voll. So geht's nicht weiter. Der Held von Horst. In einem Land ohne Recht und Gesetz. Und mit viel zu wenig Zäunen ist dieser Mann unsere letzte Hoffnung. Wir brauchen wieder Recht. Sag ich doch. Und wenn nochmal einer behauptet, Abschottung und Nichtstun wäre keine Lösung, dann dreht Horst durch. Abschottung und Nichtstun sind keine Lösung. The Horst Full Hate Sehen Sie Donald Trump als hateful Horst Seehofer. Veronika Farris als kaputter Schlagbaum bei Passau. Und wie immer Gérard Depardieu als Angela Merkel. The hateful Horst